heute machen wir ein let's play fifa 16 das erste mal das ist ja schon etwas länger draußen wir machen heute ein würfelspiel hast du hier schon ich würfel genau und zwar haben wir hier ein würfel und mit diesem würfel würfeln jetzt eine zahl und damit legen wir das land aus mit dem wir erst mal spielen werden wir können zufällig machen das ganze wir haben wir investiert würfeln und wenn wir frage den domenik jetzt so viel würfel dafür vier mal bei land zufällig fliegen mit einer spiele maximal vier mal beim ersten mal zu voll drücken sagt er kommt deutschland dass er super passt kann das machen so und dann genau dann machen wir liga ja auch noch mal würfeln und wenn wir da wieder was gelb in deutschland machen wir bundesliga macht man ja automatisch aber trotzdem machen wir das genau und dann noch machen wir bei der mannschaft genau er kommt ihr das ganze ich will zocken los geht's ja du wirst er hat eine 3 gewürfelt so erstmal die würfel auch von mir schon mal 1 2 3 oh komm bitte ja was wird denn wieder italien ich hab nur 5 gewürfel ja super der 5 mal aus und was wollt ihr wahrscheinlich wieder spanien ne ich hab auch italien äh 2 holen kann ich 3 4 4 5 oh ist dein ja katzerei mal meint nochmal was möchtest du denn Barcelona wahrscheinlich ja ne mir ist egal mit welcher ich möchte italien ist ja auch nicht verkehrt vielleicht hätte ich ja als Rom, Nazi Rom, Intermailand Intermailand ich drück nochmal Juventus scheiß drauf aber wenn sie jetzt Frauen kommen dann muss ich nochmal drücken ja ja dann musst du nochmal ich drück jetzt nochmal ich bin ich die Frauenmannschaft du kannst ja nicht Frauen gegen Männer kannst du nicht machen ohhhh da gibt es keine Mannschaft ne mädchen ok jetzt dürfen wir die Team ja erstmal Liga oder was nein Liga ist immer Liga ok dann machen wir Team machen da direkt Team kann doch nicht angehen hier hahaha das war eine 1 Liga scheiße du darfst einmal drücken ey komm bitte 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 Tassoulo ja ok geht Leve 3 ja Leve 3 ich darf 3 mal drücken Tassoulo 1 1 1 2 2 euer River Plate River Plate voll geil geht los Digga hab ich eigentlich voll die Profis ja zumal kein Barcelona oder so was habt ihr eingestellt zeitmäßig 3 Minuten oder was glaubst du das gerne 5 5 das wird rausgeschnitten 3 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 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 4 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 5 6 10 9 9 11 10 11 11 14 11 10 11 11 15 15 15 15 Nein, das ist das Tor, war das? Nein, das ist das Tor, war das? Das muss doch sagen, dass die beiden nicht verlieren können. Also, es könnte nicht sein, dass er sich hier noch umruft. Können wir mal John und der 2TG-Band. Oh, ich hasse so eine Gucker, ne? Ja, Flüge rauslaufen, der im Kopfball. Oh, geil. Da musst du auch nur X drücken, weißt du? Mehr musst du eigentlich auch nicht vorgucken. So, jetzt kriegst du mal hier... In ja, hey. Also, ich mag schon. Lieber hochziehen. Haben sie schon das gespielt so? Letztens noch einmal. Ach ja, stimmt, hast du ja mit Dominik eine Aufnahme gemacht? Ja, die nicht... nichts geworden sind. Drei Stück haben wir gemacht. Komisch. Jetzt gibt's bestimmt, wenn man ein Tor geschossen hat. Da hat sich wahrscheinlich das Spiel aufgekauft. Und ich hab's mir jetzt schon. Da wollte ich zu viel, da wollte ich... Ja, wir kriegen, komm, 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 komm. Boah, Thomas, so wieder, ey. Geiler Typ, ey. Oh, hau mal raus. Oh, schieß dir den eigenen Mann an. Komm, der Frel. Ja, zack. Keine Ahnung, der kann keinen Sinn. Oh, nein. Oh, hau mal raus. Oh, hau mal raus. Oh, hau mal raus. Ah, scheiße. Da hab ich's mir geklickt. Ne, kannst du mal raus. Komm mal rein. Na, hab ich weggeklippt. Ah, hab ich weggeklippt. Ich hab's mir gerne mal raus. Bin ja keine Mist-Sau, ne? Die muss ich das vorhin mal angucken. Ich hab's mir gerne mal angucken. Ich hab's mir gerne mal angucken. So, Leute. Spannung pur. Ich führe ganz knapp mit 2 zu 1. Ah, da kommt wieder nächste Bank. Da kommt die Flanke. Oh Gott, die können nicht. Guck mal. Na, selber. Aber ich muss ja mal sagen, ne? Also, ich hab ja FIFA 13 gespielt, ne? Ja. Sieht genauso aus. Waaah. Es kommt alles über die Flanken. Ja, bei den Wildschirmen. Es kommt alles über die Flanken bis jetzt. Du musst es selbst spielen. Du musst es selbst spielen. Ja, aber ich werd wahrscheinlich auch über die Flanken bekommen. Wie jemand kennt. Ja, wahrscheinlich. Ja, musst du können. Wenn's so geht, ist doch wunderbar. Dann geht's ja nicht. Aber du spielst ja auch schon seit einer Woche. Kommst auch nicht über die Flanken. Ich? Doppelpass. Doppelpass. Ja, das ist doch Fußball. Wo willst du sonst kommen? Wirst du immer durch die Mitte kommen? Oder was? Guck mal, jetzt komm ich durch die Mitte. Goal. Guck. Durch die Mitte. Ja. Der Anfang war. Der Anfang war. Der Anfang war. Na, man. Ja. Für FIFA-Fans war sehr gut, aber. Bitte langweilig. Gleich spielst du auch nochmal. Ja, ich komm über die Mitte. Genau. Komm über die Mitte. Da passt ihn auf den Flügel. Da war wieder der Flanken vor. Nein. Gar nicht mehr. 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 Ja, aber auch wieder über die Flanken. Ja, aber auch wieder über die Flanken. Aber er ist über den Flügel drüber. Aber er läuft ja auch nicht. Du weißt. Also liebe Zuschauer. Wir können mal gerne in der Folge machen. Mit Play. Machen wir doch gerade. Ja, gegen... Was mich hier ein bisschen vor das hier. Ich sag ja, der HSV, der Kampfsding ist durch. Gehen wir durch die Mitte. Ich bin ja nicht selbstverliebt, ne, Leute. Das wisst ihr. Hoffentlich. Aber bloß ich nicht. Nee. Das wird gefährlich. Das ist ein Beinstoß. Bitch. Move. Bitch. Get out of my way. Dann mach ich erstmal rein hier. Mach mal ein Standard. Boah. Ist aber auch ganz... Guck dir das an. Hallo. Ja. Na, raus die Pille. Verradi. Verradi. Ja, weißt du. Sie haben sich eine Woche Urlaub zu nehmen, um nicht hoch zu skillen. Kann jeder. Das ist, ähm, ne, die Erfahrung seit Jahren schon. Hm. Uh. Rot, Elfmira, raus. Nur egal. Flo, gewischwacher singen. Waschwacher. Jawoll. Gelbe Garte, rot, rot. Raus, sing, sauf. Vangion. So komm. Verradi. Ah, tu tu respeto la familia. Ja, ey, ich kann mich rücken. Ach so, ja, gelb. Mach mal nochmal eine gelbe da hinterher. Da hab ich vorgelaufen bin. Geben Sie nicht über los? So, jetzt aber. Ferradi. Und jetzt bringt er den Flach. Oh, jo 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 jo. Geiles Ding, wa? War das über die Flanke? War das so ein Standard? Ja, das war ein Standard. Ja, und guck dir das Ding an nochmal. Schau doch, kann jeder. Ich dachte, guck mal, maue. Waaat. Fast mitgenommen. Wenn wir den so mal die Hicken wollten, ne? Eingefangen. Ja. Oder schicken wir den Fräuchern an Fragen, ja. Genau. Ich kann das für die Zuschauer kriegen. Die drei Zuschauer. Nein, Leute. Bitte liken, ne? Scheren. Ihr könnt uns auch gerne eine Main schreiben. Ja, Fanpost. Fanpost. Nein, wenn ihr gegen mich spielen wollt. Oder hier Flo. Riebbombenhunde. Ne, falls ihr mal irgendeinen braucht, wer euch abreagieren könnt. Schuh ist gerne gesehen, ja? Als, ähm, was? Ja, ich spiele ja immer gegen Mark. Genau. Ich muss erst mal wieder das Ego aufpushen. Wenn ich dich wegballer, ne? Wenn ich dich wegballer, ne? Not gegen Elend. Ja. Wenn ich dich gleich wegballer. Irgendwo die Flanken. Was? Ich halte es gut zur Mitte. Guck mal, was ist das? Deine verletzt da unten. Das sieht ja alles aus. Nö. Das ist eher noch von der Mauer da hinten. Der macht halt eine Aufstellung auf einer. Oh, guck dir den Hass an. Wunderbar. Ah, Mann. Ich sollte dazu geben, die Gern... Mh. War schon 5-1, ne? Also... Das ist schon krass. Ich glaube, die Tumas haben wir siegen. Scheiße, den Tumas gar nicht mit... ...aufgenommen sind. Ne, macht doch. Da sind zwei, ne? Dass ich bin der Mann. Du spielst überhaupt? Der hat deutlich kaputt. Eier. Oh... Da sieht der, deutsch. Der hat gar kein Kamel. 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 Der hat aber dann zusammengekommen. Eier. Na ja, alles raus. Der hätte da sein Spieler. Der hätte da sein Spielern, wie junges. Ich hab ja ruhig. Will ich das denn wieder? Will ich das ja wieder? Ach, ach so. So kann man das Spiel besser zusammenfassen. 6 zu 1 Jahr. Felt so? Ah, Fett von mir. Mir egal. Hallo, Fett von mir. Da ich mal raus, liebe Leute. Ja, ich sag mal so, Flutter kann Gegner, da kann man sich nicht freuen. Wer ist denn hier? Der ist doch schon raus, der ist doch so weg. Mach ich mal eine andere Aufstellung. Vielleicht solltest du mal hinten ein bisschen ein Team machen. Ach, jawohl. Du hast ja wieso schon verloren. Mach auf. Alles nach vorne. Ich mach dich schon mal auf. Lass dir den Arsch auf. Mach gleich sein Hosen-Style auf. Oh. So, liebe Leute, weiter geht's. Außerdem gibt's noch Pack-Openings. Genau. In der Woche. In der Woche gibt's noch Pack-Openings. Ich hab dann ein paar Tifa-Points gekriegt. Ich bin leider... Oh. Du bist aufmerksam. Gut vom Torwart. Gerade kommt das hier noch was denn. Da soll ich im Baller nehmen. Schade. Leider haben wir noch keine Sponsoren für die Pack-Openings. Deswegen müssen wir das noch selbst finanzieren. Ja, ich muss es selbst finanzieren. Ja, leider hat seine Folgen noch verlassen. Aber wir haben... FIFA-Points. 3.000. Was haben wir noch? Echt? Da können wir noch ein paar Tags aufmachen. Jetzt gibt's die Special-Packs für 350. Da hast du, glaube ich, sieben seltene Gegenstände in den Tags. Und vielleicht ziehen wir ja was Geiles. Leider hat das Unplatz. Leider hat das Unplatz. Leider hat das Unplatz. Leider hat das Unplatz. Leider. 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 Ich bin... Ich bin... Ich bin... Der fällt in der Wahrnehmung. Und mich kann man hier nicht so schnell... ...und werde ich die Kamera auch... Ich bin ich hier der Hulk. Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Brieb die Trikots passen schon. Ich schiebe ein Auge. Ich bin noch... Ich bin noch... Ich stand vor dem Ball. Oh, getrickter. Versuch zu trinken. Vielleicht soll man eine eigene Tome. Wo ist das? Ah, ja, mit den kannst du nicht tricksten. Die haben alle einen Sterne-Skill. Ja. Was willst du damit machen? Ja. Hast du schon mal gesehen, dass das, äh, Arjen Robben im ganzen Jahr nur trickst, oder was? Ja. Der trickst auch nicht. Der kann auch nicht. Der kann nur mit einem Bein. Und das ist auch so. Der linke Fuß, ja. Abgespielt. Jeder weiß, wie er schiebt und trottelt, macht er immer das Tor. Jetzt muss so ne Musik kommen. Wo der kommt? Johnny Walker, ey. Und? Bruder, jetzt. Bruder, jetzt. Bruder, jetzt. Bruder, jetzt. Geiles Ding. Ja. Geiles Ding. Weiter geht's. Das sind sieben Dinger. Oh. Der beste Freund seines Vaters heißt Mocker Algo. Leider Alkoholiker, ne? Werd nur Freunde mit. Mit Alkohol, ne? Alkohol ist dein Sonnig. Ja, Leute. Schreibt in die Kommentare, was ihr gerne sehen wollt. Wecker Match oder sonst was? Wecker oder seine Tippen. Wecker Match? Wecker Match, kennst du das nicht? Ne. Was ist doch der? Ich geh auch nicht. Ein Wecker Match, kann ich das auch nicht mehr kennen. Ach ja, ich geh. Aber wir zeigen es, Alter. Abweist. Das scheint nicht. Hä? Vielleicht wollt ihr Food Drops sehen. Können wir mal ausprobieren, Food Drops? Kennst du doch. Ne? Ich kenne ja nicht, was ist das? Ach wieder. Das kostet 50, äh, 15.000 Coins. Ja. Und dann kannst du jede Position, ja, wie du dir gespielt hast, gekauft hast, was weiß ich. Aha. Ähm, dann machst du da deine, hast du die Auswahl, jeden Spieler von, aus sechs Leuten auszuwählen. Ja. Zuerst musst du dir den Kapitän auswählen, und darum kannst du dann eine Mannschaft bauen. Okay. Und jeden Spieler musst du dir halt von sechs Leuten auswählen. Da musst du halt drauf achten, dass der Team Chemie packt, damit du hier jetzt so eine... Ah, das hab ich schon mal gesehen, ja. Und dann? Kann ich damit spielen? Und damit zockst du dann, kannst du online spielen oder einzelnen Player, aber... Und diese Calls, die kann ich auch nur online gewinnen, die Punkte. Genau, das ist ja Ultimate Team, der Modus, ne? Das ist alles nur online. Ah, die Verteidiger. Noch ist die Chance nach! Der Werteidiger. Was? Der ist doch hingefallen! Ja. Nachdem du ihn geschubst hast. Das krieg er erstmal. Krieg der, ne? Krieg den Schluck. Ich springe, ich... Ich hab gefragt, ich springe! Ja. Und mir sagt keiner, wie ich springe! Was ist denn das? Das ist doch behindert. Ich frag, wie ich springe, und er sagt nicht. Und schieß einfach rein. Ja, wie soll ich denn auch so ein Bein halten, ey? Kein Wunder ist es jetzt, 2-1-1-2-2-3. Hier, mit den Beinen musst du zur Seite. Mit den Beinen. Mit den Beinen zur Seite. Wo du hin willst. Ich kann nicht verlieren. Du kannst auch nicht verlieren, hab ich gehört. Natürlich, ne? Ich verliere nicht. Ich verliere nicht. Ne? Das ist das Problem. Ah, das ist ein verkraftes Zeines Freundes, oder was? Kein. Kein. Einwurf sofort. Oh, komm! Schlager, ne? Er ist so ein Schlager. Dumm sind sie. Ja, dumm. Richtig dumm. Dumm wie ein Brot, ey. Mann! Mann! Ich kenn Anja zum Glück, ne? Deswegen sag ich auch nichts gegen sie. Ich kenn deine Freunde nicht. Letztes Mal ging es ihr schlecht als sie. Ja, warum wohl? Ich wusste, dass du nicht so einen tollen Mann hast. Ja, genau. Oh, Gott, ey. Oh, Eiko hat das so gemacht. Ich will eigentlich gar nichts gegen meine Freunde sagen. Lass es doch. Schuss war so. Schuss war so. Ah, 9-1, Mann! Es tut mir leid, es ist keine Spannung. Oh, ja. Keine Spannung, ey. Aber die dummen Kommentare von ihm sind hier, ne? Die dummen Kommentare von ihm, ne? Die dummen Kommentare von ihm, ne? Sie haben einfach keine Spannung gehabt. Sie haben einfach keine Spannung gehabt. Da hab ich noch begriffen. Da hab ich noch ein bisschen. Da hab ich noch ein bisschen viel passiert. Oh, ja. Entschuldigung. Meiner hat wenigstens noch den Biss, ne? Oh, ho, 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 ho. Ja, es war so. Ey, bitte, wir sind nicht dran. Ja, wir leben, die eigene Entwicklung. Einmal den Biss ist nicht dran. Wir leben, dass die Aufwärmphase. Und ein Bestes spieler Leine. Und die Kuh nur zu. Wow. Arscharf. Der hat auch ganz gefährlich aus. Der hat auch ganz gefährlich aus. Sie hat doch schon aufgeschlagen. Seine Mutter hat das aber schon aufgerichten. Und die Mutter hat das so stark gemacht. Seine Mutter hat das so stark gehört, das, oder? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. seine mutter zieht auf dsf lkw das war das match was ich gewonnen habe 9 zu 1 hat mich gefreut war nicht so spannend mit dem tischen hier kann man ja auch nicht erwarten fehlt die ganzen beleidigungen genau schreibt ihr unten in die kommentare und gleich machen wir noch ein match gegen die beiden hier mal gucken was da so kommt gucken wir mal not gegen elend und dann gucken wir es mal danke fürs zuschauen das ist gruselig wo bin ich jetzt ja ich kann mich irgendwie ich lieg glaube ich ne oder ich jetzt stehe gerade ja 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 ja